Hallo und herzlich Willkommen zu einem wundervoll neuen Part von Let's Play Rogue Company, ja. Okay, so, wir sind wieder im Ranked Mode unterwegs und zwar, und zwar, und zwar mit Glitch. Insofern die Map lädt oder was auch immer hier laden muss, die Server, genau, die Server, die Rogue Company Server, komm schon, komm schon, lade, komm schon, lade und lass mich nicht im Stich, komm schon, na los, na los, Angriff, wundervoll. Komm schon, lade, lade, lade und senk nicht nochmal das gleiche wie gerade eben an. Bitte, bitte, bitte. Oh, es dauert schon wieder so lang, oh, oh, oh. Oder kommst du mir nur so vor, das kann natürlich auch sein. Nein, es dauert lang. Oh, bitte. Oh, bitte nicht. Oh, bitte. Es gibt noch Hoffnung für das Spiel. Oh, ein voller Seeker, ein voll gemeisterter Seeker, das das ist nicht gut. Ach, das Intro, natürlich, natürlich, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und jetzt komm, jetzt will ich einen Sieg sehen. Mit der Short, nein, natürlich nicht mit der Shortflinte, sondern mit der LMPX, auf die ich sparen wäre. Und wir sind wieder in der Verteidigung, so, was mach ich mit Glitch? Mit Glitch sollte ich eigentlich zu B, oder? Ja, doch. Bingo. Rüber. Okay. Ah, doch nicht. Ich dachte gerade, dass die Pistole den Event-Skin hat, aber hat sie nicht. Was ist das für eine Sniper? Die ist so grau-weiß, gräulich-weiß. Auch ganz schick. Nur einfach. Mh-weiß wie immer. Mh-weiß. Mh-weiß wie immer. Oh, die ist ja längst. Nein. Die ist hier irgendwo, die ist irgendwie war hier, komm schon, jetzt ist sie auf einmal, hmmm. Wie ist die so schnell? Gut, Verteidigung. Ach komm, geh rüber. Ach komm, geh rüber. Näh. Okay. Okay, 2 zu 1, es fängt schon wieder so an. Blendgranate bringt mir nichts als Verteidiger. Eine Blendgranate verwendet man zum Rushen. Okay. 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 So. die kam wieder von hinten Lekker mir Lekker mir Oh Lancer Nerf ... ... Was ist das? 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 Ich weiß, dass du da bist. Was ist das? Ich weiß, dass du da bist. Oh, das tut gut, Freunde. Das tut so gut. Okay. So, dann. Ich weiß, dass du da bist. 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 Okay. Ich weiß, dass du da bist. Warum sind auf einmal alle hier? Was macht der? Der hat sich im Laufen geheilt. Von hinten, von hinten, von hinten. Ich weiß, dass du da bist. Ich brauche eine Hand. Die Gegend sind hier. Ich brauche es. Ja, hier, Lancer. Klar. Okay, dann gib mir die Blendgranate. Und hoff auf einen Kill. Ich brauche nur einen. Mehr nicht. Einen einzigen. Einen einzigen. Komm schon. Okay, wohin? Ronin hat die Bombe. Oh nein. Sie hat das Katana. Leute. In der ersten Runde nimmt man nicht das Katana. Weg mit ihr. Weg mit Scorch. Wo kamen die her? Nein. 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 Das verliert er jetzt nicht. Nein. 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 Ja. Gut. 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 Ah. Nein. 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 Und ihr heilt. Nein. rein voll rein ich werde weg mit ihr weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, 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 nein Oh, Rüstung ist wichtig. Rüstung ist verdammt wichtig. Rüstung ist so wichtig. So verdammt wichtig. Und zwar so wichtig, dass ich sie nicht einfach so liegen lassen kann. Ich meine, das ist immerhin Ranked Mode. Ja, hier geht's um was. Und da ist Überleben wichtiger als alles andere. Oh nein, wo bleibt unser Saint? Ja, hier geht's. Was war ich? Was war ich? Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Näh! 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 Nein! Nein, 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 nein! noch leben wir noch leben wir und chak hat die bombe oh nein 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 ich kann nicht ich kann nicht willst du okay nein 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 mach es nicht scotch ja 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 stirbt nein wo war der knopf zum aufgeben nein das war natürlich nur ein scherz man gibt nicht auf man gibt nicht auf selbst wenn man nicht mehr gewinnen kann so wie hier jetzt ich hab die bombe ich will die bombe nicht okay der durchgang tot da können wir jetzt nicht mehr durch und was macht shark in der mitte und was macht sie hier ich will nämlich war das ein schuss in meine richtung das war ein schuss in meine richtung und ich wurde fucking getroffen nein 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 geht da nicht hin geht da nicht hin nein 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 woher kamen die schüsse von da ja ja brenn brenn im feuer brenn du spieler komische komische Saint hat die Bombe. Jetzt nochmal richtig rein. Komm schon. Ne, komm hier. Er ist geblendet und trifft ihn trotzdem. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, falls es euch doch ein wenig gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, kommentiert und schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.